Hey Leute, ich bin's Heiko von den Lochis und ja, ähm, äh, eine Info kurz, heute Abend oder morgen früh, wir sind uns noch nicht ganz einig, äh, kommt unser Wir klären auf Video Nummer 4 rein, also in YouTube. Ähm, davor möchte ich nur kurz eine Sache sagen, nämlich, ähm, wir haben jetzt endlich einen zweiten Kanal, der heißt die Lochis 2 und, äh, da sind jetzt schon, ich glaub, 5 Videos oder so geüploadet. Eins wurde heute gedreht, da könnt ihr, ähm, sehen wie Roman beim Friseur war. Das hab ich auch gerade eben noch fertig geschnitten und in YouTube geladen und da sind noch 4 Videos, die wir, äh, bei unserem ersten Kanal, die Lochis, löschten mussten, löschten mussten, also, ähm, ein, zwei, nee, eine Parodie und zwei Songübersetzungen und noch, äh, unser Wir klären auf Video 1. Das ist jetzt alles auf die Lochis 2 und, äh, hier seht ihr jetzt einen Link, abonniert die Lochis 2, hier werden wöchentlich, äh, Vlogs und Vlogs über unser Leben oder auch Outtakes oder Backstage-Themen, äh, ähm, geüploadet. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal jetzt auch zu abonnieren, die Lochis 2 und, äh, ja, haut rein!